nein 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 aber wenn man rollstuhl hätten wird es machen rollstuhl ist armtraining für den biceps für fort mal aber aber warum tröte Der Bretzer denn? Warum trötet der Bretzer? Punkt doch jemand, den es interessiert. Also nicht dem Rain oder dem Willi. Genau. Willi kann nun da an. Willi will tösten. Aber du weißt, machst du weiter so dein Grifft aufs Maul, ne? Grifft aufs Maul? Ja, aber so richtig. Ja, also Grifft aufs Maul. Grifft aufs Maul. Wie war diese Bombe, hä? Delicious, hä? Delicious, hä? Delicious. Wie halt geschmeckt, saßte? Delicious, Alter. Ich muss gar nicht dazu deliciouserin sagen. Natürlich. Yummy, Soda Crush, und weil wir nicht das, ey. Fatality. Ja, wäre auch. Die Zahnse da sind, genau. Vor kein Kill. Hä, warum kommt er denn her? Geh mal weg da! Nein! 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 Ich bin doch gerade erst durch die Eid. Oh Gott, ist das schlecht. Das wird weh tun. Das wird weh tun. Das wird weh tun. Das wird weh tun. Hast du mich nur nicht gesehen, ne? Huh! Hä? Aua, warum denn? Ja, weil er noch gesunt war, oder? Richtig. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Manchmal war es so ne chillige Runde jetzt in meinem Ende. So klar. Alter, ey! 56! 56, Alter! Na! Oha! Ja! Der zweite Sau in Kau. Oh, Schule hat noch Glück gehabt. Ich hab die Runde noch auf die Finger auf. Huuu! Alter! Da wurde mir doch glatt der Rode zu Ende noch geklaut. Schule hat noch mitgehabt. Das ist vollkommen korrekt, ey. Mehr Glück als Verstand, der Junge. Bitte was? Silence, I hate you. Hä? Silence, I kill you, oder? Oh, Moment. Nein, I hate you. I hate you more than words can say. Ich sag, I kill you dann Morddrohungen. Melody? Wer ist dieser Melody? 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 Das war doch ein Sänger bei DSS, oder? Der Melody? Zumindest war der der irgendwie auch. Aber wer ist der Melody? Ach so. Melody. 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 Wackt das, Shutdown auch! OH! Gott! Ich hab's drüber, ich hab die... Ich hab's nicht dergallt! Ich hab' den Turmut genommen! Echt? Wo geht's hin? Herr Schell, was geht? Hey, Alvin, flüster's! Ah, du bist so ein. Nein, ich hab' nicht Angst! das einmal ist einmal ist genug will ich denn da noch eine banane hin ich dann noch das bretzer bärchen auf dem blauen bärchen gekriegt da werde ich mal wieder groß hier gar nicht schule weg da du bist so ein schlechter mensch vollkommen korrekt jetzt kommen wir aber auch nicht mehr dann ich krieg deine rote ab und jetzt verfolgt wir noch einen sternen dann wird mir noch das item geklaut schade deswegen deswegen wie eine blöden bombe du hättest reinfahren müssen ja da war eine bombe ja reinfahren konnte ich und feste nicht rein die bombe war nein doch aber nicht an wenn du den 20 zu ende machen kannst das geht ja gar nicht na geht so zero harte schule durchlebt jeden mittwoch guckt man sich das hier an die schule ist die harte schule neuerdings jeden zweiten samstag auch mit anderen kollegen jetzt geht gleich das ganze ding jetzt das chatfenster nur eine nachricht was he wants was he says was he says we dödelt denn da rum ich bin ja am rumnödeln am stick jetzt kommen wir warten ja 16.000 kilowattstunden verbrauchen bis zu jetzt bei jello strom also wenn du bei jello strom bist dann absturz die sind abseher vorm herrn marcus scheint auch schon seine erfahrung gemacht zu haben ist eine schwarze such mal einen schwarzen wie einen schwarzen such mal einen schwarzen das hat man schon mal was was ist eine schwarze was du willst du kleine schwarze achso ok achso ja was haben sie gesagt zu deinem geschäft ja was haben sie gesagt zu deinem geschäft ja was ist hier los alter da fährt hier bummerang ich hör den hä nein das ist ein schlechter fahrer ja nein diese feuerblume ja was haben sie gesagt michael hast du irgendwo ein datenleck haha oh shit ich sehe den zug nicht ach komm was was spät was du hast du zugewandt oder na 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 Er hat mich fast im Blauen noch weggemacht. In der letzten Kurve. Ah, Entschuldigung, holt mich noch mal. Was ist das für ein Team? Alter, okay. Bist du uns zurückgefangen? Ja. Ich geb dir meinen. Okay, okay, okay. Moment. Und wer war denn das? Ah. Gina, Gina White. Fettes Brot? Nein. Nee, von Fettes Brot war das nicht. Das war noch vor Fettes Brot. Das war verdammt alt. Kannst du mal re-scher-schieren? Haha. So, nochmal den Einzug zu erst dann schicken, die hier bei ca. 6.3. Wie ist das? Wie ist das? Ich soll ein Re-scheren? Ja, das sind 2.800. Ah, okay, 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 das ist ein bisschen ein Unterschied. Von 1.000 Euro. Ich bin gleich da, ich brauche nur noch vier. Okay. Ah, dann. Okay. Wie war eigentlich die Mondtage? Ey, das ist von der Fanta 4, Alter. Echt jetzt? Ich finde das so Spaß. Eure Wallaboyer. Das war die Fanta 4. Das war die Fanta 4. Und aus welchem Jahr? Ja, das habe ich jetzt nicht geguckt. Alle Geräte mit wieviel A plus? Also quasi auf Hamsterbetrieb. Sind die nach dem alten oder neuen Standard ablos? Uiuiui. Ey, ich knall durch das Loch entbraten, Alter. Warte, 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 warte. Was willst du? Genau, ne, jeder. Au! Schlechter Mensch, ey. Die Bombe ist abgerutscht. Äh? Das hat Drecksbumerang hinter mir schon wieder, ne? Wer ist das? Das ist auch schon so ein Bumerang-Junge. Bumerang-Junge. Yeah. Oh nein! Ich wurde in der Luft getrötet. Ekelhaft. Das war der Rio Meat Boy. Der Rio Meat Boy. Ah, aber besser ist der Verfolgungsjagd. Ja, okay. Das hat sich erledigt. Hey, Alter, alle drei roten weg, du Assi! Nach ihm! Oh Gott! Hey, was ist das? Wer hat mich hier runtergeschubst? Bitteschön. Welcher kleine Bastard, ey. Mann! Ich schicke gleich in der Runde eine Freundschaft zum Freigriff. Boah, die Grüne. Wir werden dann hier danach die Lobby mal wechseln. Wir machen jetzt hier mal zum Dützer mit rüber. Wer schubst mich denn hier die ganze Zeit? Schubst mich nicht, wenn ich im Abgrund stehe. Genau, den wir gleich sehen. Ich möchte das nicht. Oh Gott, oh Gott. Tanuki Mario hat ne Bombe. Oh, er schmeißt die weg. Gott sei Dank. Sind wir denn da ein Tutti Kompletto, oder? Dann sind wir zwölf, glaube ich, ja? Wenn ich deswegen nicht mitschleben kann, oder? Oh nein, 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 nein! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! FCK! Direkt geh Folo. Alles klar, Sivo! Dankeschön und schönen Abend noch und hoffentlich angesprochen! Jawohl! Ich glaube, ich bin zweimal hintereinander Erster geworden. Oh, ihr Nudden! Du Dürren. Deine Mutter vermocht sich Beischlaf zu leisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017